Musik Hallo und herzlich willkommen zu meiner durritten Filmebewertung. Die werden euch jetzt zubarmadieren. Und ja, ich werde heute einfach einen Film bewerten. Und zwar den da. Dieser Film heißt Das geheime Fenster im englischen Original Secret Window. Und er ist mit Johnny Depp. Erinnerst du dich an meine Geschichte Das geheime Fenster? Sieht man vielleicht hier so. Sie sind aber leicht zu erschrecken. Du bist allein da draußen, alles kann dir zuschliessen und niemand wird es merken. So sieht die DVD aus. Es geht in diesem Film um Maud Rainey. Maud Rainey ist ein Schriftsteller, gespielt von Johnny Depp. Und er erlebt einige seltsame Dinge. Für Maud Rainey ist jede Geschichte wie ein Fenster in eine andere Welt. Doch manche Fenster sollten die geöffnet werden. Auf einmal kommt so ein Typ daher mit Hut. Er hat einen Hut auf. Ja, der heißt John Shooter und sie ist ein Typ. Meint, er hätte ihm die Geschichte geklaut. Also Maud hätte ihm die Geschichte geklaut. Und will, dass er offen zugibt, dass er die Geschichte geklaut hat. Obwohl Maud die Geschichte eigentlich wie früher geschrieben hat, was er die ganze Zeit zu verweißen versucht hat. Aber der Typ bleibt bei seiner Theorie und sagt, er habe das Ende verpfuscht. Weil seine Geschichte, die eigentlich ganz genau die gleiche ist, ein anderes Ende hat. Und deswegen wird dieser Typ auch ganz schön rabiat. Und es passieren einige Dinge, die offensichtlich mit ihm zusammenhängen. Und es geht nicht immer nur harmlos dabei zu. Ich sage nur, Armer Chico. Ja, auf jeden Fall ist der Film nach einem Buch von Stephen King, was vielleicht schon einiges erklärt. Und dort, also die Atmosphäre ist ziemlich, naja, sagen wir mal nicht gruselig, aber zumindest ein bisschen unheimlich. Es ist schon ein erstaunlicher Zufall, dass sich die Geschichten so sehr gleichen. Und es ist so, dass sich über den ganzen Film einfach mehr Spannung aufbaut und am Ende das Ende überraschend ist. Für mich nicht mehr, ich habe den Film schon zu oft gesehen. Die Tod wird ein Geheimnis bleiben, sagte Todd Downey. Der Kerl nennt sich Shooter. Vielleicht ist mein Name gar nicht Shooter. Auf jeden Fall ist das Ende, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, sehr überraschend. Und wow. Ich sage nichts zum Ende. Könnt ihr vergessen. Was wollen Sie von mir? Mein Ende der Geschichte. Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Film natürlich dadurch, dass er mit Johnny Depp ist, ziemlich gut ist. Ich meine jetzt nicht, dass ein Film automatisch gut ist, nur weil Johnny Depp mitspielt. Das meine ich ganz und gar nicht, aber er ist eben ein guter Schauspieler. Und das merkt man natürlich in dem Film auch, wo halt er die Hauptperson ist, die meistens alleine ist und praktisch alleine agieren muss. Hallo? Und nur gute Schauspieler können dann die Affäre behalten, äh, Affäre, Atmosphäre behalten. Ja genau, Affäre. Das ist was ganz anderes, liebe Kinder. Gut, also. Ich meinte natürlich die Atmosphäre und nicht die Affäre. Ich will, dass Sie es umschalten. Und, äh, ist auf jeden Fall sehr gut. Würde ich allen Johnny Depp-Fans vor allem empfehlen. Und, ähm, natürlich mir selbst. Nein, also es ist einfach ein guter Film. Ich habe ihn schon ziemlich oft gesehen. Das heißt ja auch was. Wenn man einen Film öfters angucken kann, ist er ja gut. Weil wenn du ihn dir einmal anguckst, dann findest du ihn ja auch nicht so gut. Dann verstaubt er irgendwo. Egal, hab ich auch ein paar. Die werde ich auch noch vorstellen. Ich kann nicht nur Filme vorstellen, die mir gefallen. Ich kann ja auch meine persönliche Meinung, es ist jetzt alles meine persönliche Meinung zu den Filmen. Und es kann natürlich sein, dass ihr eine ganz andere Meinung habt. Dass ihr zum Beispiel diesen Film hier scheiße findet. Aber ich finde ihn eben nicht scheiße. Und es kann natürlich auch sein, dass ihr Filme gut findet, die ich scheiße finde. Aber es ist einfach so, dass ich diesen Film gut finde. Und deswegen kommen wir nun zu meinen Sternchen. Und weil ich diesen Film eben so gut finde, gebe ich diesem Film auch 9 von 10 Sternchen. Das einzige, was zählt, ist das Ende. Es ist der wichtigste Teil der Geschichte. Und dieses Ende ist wirklich gut. Der wichtigste Teil der Geschichte ist das Ende.